so und willkommen zurück ich habe gerade eben schon eine intro gemacht mache ich nicht noch mal weil das spiel abgekackt ist schauen wir mal ob es noch mal passiert weil wenn dann habe ich ein problem wenn nicht dann ist es in ordnung aber das sehen wir gleich ich bin nämlich hier reingegangen hab das da gemacht passt bin hier reingegangen und dachte mir echtzeit wieder ein black screen okay dann ist hier ein bug schade 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 aber okay cool